Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Bad Company 2 in Massenproduktion hier auf der Map Arica Harbor mit der Säge, also hier diese Waffe und ich weiß es nicht, ich glaube heute schon der zehnte auf dieser Main ist der fünfte auf jeden Fall macht es im Moment einen riesen riesen Spaß denn ich räume Du bist der Beste aus dem Server Nein Drohne, nimm meinen Schaden! Meine Fresse Macht mal jemand, diesen Mr. Beastmaster bitte Nein, ne, er kriegt mich ich hab 40 zu 47, 5905 Punkte bin damit zweitbeste auf dem Server der andere Mensch, dieses andere Individuum hat nämlich ein paar Punkte mehr als ich ich nenne es mal Individuum, denn ein Mensch Nein! Kampfmesser! er hat drei Punkte mehr, ne? Nein, nein, 30 ich hab 60 Jahre 80 ach so ich fahr mal grad mit Black, ne, du fährst falsch weg, fahr mal, fahr mal nach A ach egal, du kannst es nicht wir sind nur noch 11 Ticket, wir haben noch 250 Alter Schrede 8 Tickets komm, die Reanimation Reanimationi plopp, 50 Punkte, das heißt das kann sauknapp werden jetzt ob ich der Beste werde oder nicht aber sagen wir so, die Runde hat so oder so genug Spaß gemacht ich geh doch jetzt nicht nochmal drauf, das könnt ihr mal grad knicken so, höchstens noch eine Granada auf Glück, komm ne, schade Daumen hoch für diese Runde ich hoffe ich bin bester Spieler noch der andere Fuzzi, dem gönne ich keine Punkte nur mir wenn er jetzt die Ace-Player-Nadel lol, viele Punkte viele, viele, viele Punkte bin ich bester Spieler also, ich zähl mal grad durch hier, Kill-Assist-Nadel dann Reanimationi 5 Reanimationi 7 Gegner mit leichten LMGs Payback 5 Kopftreffer 2 Retter-Kills 4 mit Sprengladung 1 Goldstar und jetzt hängt sich irgendwie die Statistik also ganz viel, 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 viel viel, viel, viel und ich hab 23.000 Punkte gemacht bin aber leider nicht mehr ganz besser mit 100 Punkten Unterschied und ich bin verdammt normal stolz mit 40 zu 48 auf einem normalen Server und ich trete direkt bei und mach das also das wird der letzte Part für heute auf jeden Fall ich mach mal was anderes damit ich auch heute mal nicht so viele Punkte kriege die letzten paar Minuten hier ich hab wieder diesen coolen Bug ähm ich nehme einfach mal Sniper oder? ja ja ich wollte grad ein paar überfahren und hab's aber nicht geschafft ja ich nehme mal die SVU mit ist Mr. Awesome auch noch da? anscheinend nicht nein ich glaub ich seh grad irgendwas lassen oder irgendwas oder irgendwas hab ich das nicht mitbekommen dann war ich wohl ich meine so Sickness Steps etwas abwesend das ist nein das ist abweg also habe ich gemerkt okay ja ich muss noch mal ganz kurz weg und keine Ahnung er ist sowieso noch 10 Minuten der Part und dann ist heute erstmal fini würde ich sagen und ähm ja ich denke die 10 Minuten mach ich noch gib mir mal grad eine Sekunde so wieder da so ich glaub 10 Minuten wie gesagt machen wir noch und dann ist er auch wirklich spielt ihr danach noch länger? ohne Aufnehmen? wahrscheinlich nicht also würd ich mal sagen vielleicht heute später Abend nochmal wir haben ein Wochenende aber ähm jetzt danach wahrscheinlich erstmal nicht gut dann kann ich nochmal einkaufen gehen warum nochmal? äh ja gut wieder nee auch keine Ahnung die einfach einkaufen so keine Ahnung weil bei uns gibt's ich kriege so ein Stück Kuchen und dann geh ich jetzt mal essen aber ich tippe nicht dass die Festplatte noch viel länger reicht irgendwie an Platz Jo hi ich glaube jetzt muss ich die nächsten 2-3 Monate kein Battlefield mehr drehen so viele Bars habe ich hier ich hoffe die werden auch einigermaßen gut geguckt honoriert meine Leistung wird schon wird schon ja weil dann gehe ich dann will ich jetzt mal rausgehen ok warum jetzt schon ja gibt es jetzt Essen bei uns ach so ja alles klar also Kuchen kann man es nicht essen nennen ähm ja wenn du nachher nochmal spielst und so dann schreib einfach nochmal wie gesagt ähm erinnert mich mal dran vielleicht packt wahrscheinlich dein Kanal oder euer Kanal in die Beschreibung aber erinnert mich wie gesagt nochmal dran das wäre auch so mach ich 2 alles klar ja gut also dann danke fürs mit spielen und um wir hören uns ne ja denke ich auch ok ich hoffe sich fliegt nicht aus dem Spiel raus durch die Aufmerksamkeit mal ganz kurz beendet gehabt war jetzt wäre auch schon ganz heiser irgendwie ja wenn man immer was aus dieser Kettensäge irgendwie sowas nicht er wäre besser das war auch dort oder z aber auch auch ja ja auch das entgegen da 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 das ich bin der bester kommt der Fahnen jetzt leider war und was war ich schätze etwa sei wo hast du die ganze Punkt mehr über Punkt die ganzen Punkten her du hast ein Kiel mit Hof hier stimmt auch nicht mehr Bester nein ich hab ein Kiel nein ich bin nicht mehr bestätigt gehen immer noch ganz euphorisch an die Sache ran also für sich diesmal bei dir in die Karte ist ja ich will nicht ich will ihn nicht umkriegen das ist mein Ziel sich von beiden bei Sturm Kino Skop 3 schmieden sich auch nichts dort der Hund wieder alle PkM Pratzer Anwurmkrieg wird bei Arnie sind über die an die anderen Funde dass wir da haben soll ich gehen wie gedrückt um Jung ging ausgeschaltet und irgendeiner mir weiß ich nicht 90 Prozent für den Leben abbezogen und ich hab dann die restlichen Zungen in die Schöne was hatten wir Jan er fliegt nicht weg ich weiß ich hatte direkt vorhin er fliegt nicht weg es ist göttlich und die Waffen die Waffen die WM 416 also ich bin zu nehmen in die Sicht Adi ist wirklich sehr sehr gut also mit die beste Sturm Soldaten Waffen aber ich finde ich zum 8 immer noch ein bisschen besser ich weiß nicht genau warum aber ich finde die bisschen besser da hast du was bist du sorry ja ich finde irgendwo wäre ich abgeschossen Poste Muni Oho Verwirrung Verwirrung ja okay das anscheinend so schon verlegt ja tot ja gut also hier kommen auf kein Grün Zweig mehr heute und da sind so ein paar Tatsen so drei Minuten aber dann ist wirklich finito korrektur Mann wieder leicht die aus dem Leben mein Keller der Hälfte darf ich nicht noch mal mit anfangen aber das ist so lustig in allergleichen wäre es der Fallschirm geht nicht auf oder ich schaff's nicht Pixel und Prozent sterben wenn ich fünf Meter runter fliege die Masse allererste so frisst Bewegungsmelder und wenn ihr Pech habt dann frisst halt hier C4 oder hinten stehen so viele also ich werde es jetzt gleich einfach mal die ganze Bude in Luft ja oh ich geh mal raus warte mal ich muss mal grad die Mega Explosion machen also zum Abschluss des Partes hat doch was ey da ist ein Sniper Wundu ah ne doch nicht so und dann werde ich einfach gleich mal das Knöpfchen drücken und Feuerwerk veranstalten also ich hab mal Lust drauf und du guckst zu ich guck auch zu boom na zu wenig aber nett komm Handgranate hab ich noch ja ich auch noch komm alles drauf alles was wir haben aber komm die erste Etage haben wir schon ordentlich das hat die Regie zerlegt nein aber das war jetzt nur so zum Spaß kann man auch öfter machen legt man sich als einfach ein Maske ist nennen die Jo die Jo Jo du hast du dich haben geholt ja also ist spaßiger Nachmittag ein Glück es ist Freitag ich hatte heute schon um acht Schluss was ist das geil ist das um acht Schluss warum das denn wir haben bald geredet hat und da konnten wir nicht arbeiten ach du bist ja maler du bist ja maler ja auch wenn ein Traum ja und die Leute richtig schön glück da ist die Lader vorne aber die Waffe ist gar nicht mehr so schlecht das ist so ein bisschen so Schottgarnersatz wenn man treffen kann nur Noskop die Beuchten Punkten auch also man bräuchte mit der aufwirkten ich guck hier hab ich mit der 440 Millimeter Granate holt die Jo na he 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 ich treffe keinen Schuss und mit Messer und mit Messer steht er hinter mir 5 zu 11 also ich komme ein Messer killmann noch keinen noch nie nein du aber ich bin ehrlich gesagt hatte ich in meinen Anfänger auch noch nicht aber ich würde mal sagen das hat sich geändert als Level 3 4 war man sollt warum ich auch er ist ja bekannt wird schon kommen da kommt alles so genauso wie bei mir die Sache mit dem Reparationen Reparatur da ich da einfach auch kein Kind mit Kriege ich wollte der denn er los einfach von mir her alles klar gut also die letzte Minute wird eingeläutet kann der Silvester kommt ja nicht ja klingelt so ich hab dich noch hey Alter macht keinen Stress Handgranate Handgranate habe ich auch noch einen mitgekriegt aber ich komm den kaufen ja ich habe ja einen nochmal mit der 40 Millimeter gekriegt und den kriege ich auch noch und jetzt bin ich tot und sage danke fürs Zuschauen aller dieser Parts die an diesem Tag produziert wurden schreibt mal ein paar Kommentare schaut häufig und so weiter und so fort mal so ein bisschen Werbung für mich machen aber brauche ich eigentlich nicht und ja tschüss bis zum nächsten Mal danke Black und halt hier aus dem Failplay habe ich aber schon Danke gesagt bis dahin